Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Update Video für unser fantastisches Aufbauspiel Ostriff. Eine neue Version ist erschienen und zwar die 5.4.0 und es gibt einiges Neues zu finden im Spiel. Unter anderem dieses wunderbare Gebäude, das man jetzt schon hier im Hintergrund sieht, die Töpferrei. Ich gucke mal kurz in den Produktionsbildschirm rein. Hier ist das neue Gebäude und wir können jetzt Töpferware für unsere Dorf- oder Stadtbewohner herstellen lassen. Das Ganze wird in einem Ofen gemacht. Man braucht dafür Lehm, praktischerweise hier schon daneben gebaut und man braucht auch noch diese Glasur. Es soll ja auch gut aussehen. Die Einheiten werden zu 100 Stück produziert und dafür werden dann 200 Lehmeinheiten und 50 Glasur benötigt. Befeuert wird das Ganze über Feuerholz oder über die Holzkohle und hier werden dann entweder 60 Einheiten Holzkohle oder 200 Einheiten Feuerholz verwendet. Und ganz einfach ist es jetzt nicht, dass wir das jetzt gleich hier machen können. Wir brauchen natürlich diesen Lehm oder Ton und wir brauchen natürlich das Feuerholz, aber wir brauchen auch diese Glasur und die gibt es aktuell nur in Barwin-Kove hier drüben. Da kann man schön sich Glasur zum Beispiel holen. Ist jetzt gar nicht mal so teuer 0,1 pro Einheit. Wir kaufen jetzt einfach mal 5.000 ein und dann sehen wir uns gleich wieder, wenn diese Glasur bei uns angeliefert wurde. So, mittlerweile hat der Winter Einzug gehalten in unserem kleinen Dörfchen und die Glasur wurde auch schon angeliefert, wie man hier sehen kann. Und die erste Töpferware ist auch schon in Arbeit. Momentan Platz für sechs Arbeiter. Die Einstellungen hier unten sind relativ Standard. Wir können hier wieder die entsprechenden Transportarten festlegen. Wir können festlegen, wie viel an Lehm, wie viel an Glasur, Feuerholz und Holzkohle hinterlegt werden soll im Häuschen. Und wir können natürlich bei den Arbeitsoptionen dann festlegen, wer hier arbeiten kann. Hier dürfen Männer und Frauen arbeiten. Saison Arbeitsmöglichkeiten sind auch möglich, machen aber wahrscheinlich jetzt nicht so viel Sinn, weil wir hier durchgehend produzieren können. Ja und was machen wir jetzt mit dieser Töpferware? Diese Töpferware wird verkauft auf dem Markt für unsere Dorfbewohner und kann dann quasi hier am Marktstand unter Earthenware hier wieder eingelagert werden und ganz normal an die Bürger und Bürgerinnen verkauft werden. Neben der Töpferei gibt es auch noch diverse zusätzliche kleine Änderungen in diesem Patch. Unter anderem weitere Dachvariationen für die Ziegelsteinhäuser. Da blende ich euch einfach mal kurz das Entwicklerbild dazu ein. Dann könnt ihr euch das anschauen, weil diese natürlich immer auch ein bisschen vom Zufall abhängen, wenn man die Häuser dann baut. Des Weiteren gibt es noch ein neues Dekorationsobjekt und zwar diesen formschönen Ziegelstein-Torbogen. Gebaut wird dieser aus Ziegelstein, aus Kalk und aus Sand. Weitere Änderungen betreffen unter anderem auch das Flug- und Transportgewerbe, im speziellen die Pferde und die Ochsen. Die lassen uns nämlich mittlerweile wissen, wie alt sie sind, sodass man hier gegebenenfalls auch relativ zeitnah wieder für Ersatz sorgen kann. Die Sattlerei bekommt endlich ihren verdienten Hilfetext für das Gebäude, um sich ein bisschen besser zu informieren. Die Milchprodukte wurden noch mal etwas verbessert. Das heißt, es fallen mehr Milchprodukte ab pro Milcheinheit und eine ganz fantastische Änderung gibt es noch bei den Kuhställen. Hier lässt sich mittlerweile einstellen über diese Option Optimize Bulls Livestock. Wenn mehr als drei Stiere sich im Kuhstall befinden, dann wird der Überschuss automatisch geschlachtet und das sorgt dafür, dass mehr Kühe im Kuhstall sich befinden und dementsprechend auch mehr Milch für die Dorfbewohner abfällt. Und das war's mit Patch 5.4.0. Es gibt natürlich neben dem gerade eben gezeigten auch noch ganz viele Bugs und Fehlerbehebungsmaßnahmen, die der Entwickler durchgeführt hat. Freut mich sehr, dass das Spiel weiterentwickelt wird, dass man wieder was Neues zu sehen bekommt. Der Entwickler hat es ja aktuell nicht leicht. Er kommt aus der Ukraine und muss deshalb unter widrigen Umständen entwickeln und da ist jedes Lebenszeichen ist echt Gold wert. Ich freue mich sehr, wieder ein bisschen was von Ostriff gesehen zu haben. Ich hoffe, euch hat das Video jetzt hier gefallen. Wenn das der Fall ist, dann lasst mir doch einen Daumen nach oben da, einen Kommentar oder vielleicht auch sogar ein Kanal Abo. Und wenn ihr noch mehr Bock habt auf Ostriff, dann könnt ihr euch ja gerne auch noch mein Let's Play mit der 500 Einwohner Stadt Bützelhausen anschauen. Ich freue mich, wenn ich euch dort treffe. Ansonsten sehen wir uns in einem der nächsten Videos wieder. In diesem Sinne macht's gut und bis dann, euer Tollfuß. Bis zum nächsten Mal.